Hi Leute! Heute habe ich den What's So My School Bag Tag für euch, weil es einige angefragt haben und ich würde sagen, dann fange ich auch gleich mal an. Ich habe diese Schultasche hier. Ich hoffe, ihr könnt sie jetzt erkennen. Die ist von Ava, Promi & Fitch und die ist dunkelblau und hat die weißen Elche drauf. Also das erste, was ich drin habe, ist dieser Tumblr-Becher und der ist vom Hard Rock Café aus London und in den schütte ich immer meinen Tee und den kann man hier auch aufmachen. Und den halte ich entweder in der Hand oder lege ihn unten in meine Tasche rein, weil sonst läuft der nämlich aus. Das nächste, was ich im Hauptfach drin habe, wären einmal die Crispy Fruit Apple, ähm, Freeze Dried Apples. Und die hat mir die Joy aus Amerika mitgebracht und das sind einfach getrocknete Äpfel und bis jetzt habe ich sie noch nicht gegessen. Das nächste, was ich drin habe, ist meine Brotzeitbox. Ja, die ist ziemlich groß, weil unsere Schule geht immer bis halb vier und ich nehme mal mein eigenes Essen mit. Da ist jetzt nichts drin. Aber so sieht die auf jeden Fall aus. Und das ist die Planet Box. Ich kann sie euch unten gerne mal verlinken, aber die gibt es leider in Nordamerika. So, dann kommen wir auch schon zu meinem Mäppchen. Ich habe einfach so ein dunkelgraues von East Pack. Ich mache es kurz auf. Und das sieht so aus. Hier auf meinen Füller und meinen Taschenrechner und andere Sachen. Also es ist nicht sehr voll. Aber das hier ist mein Mäppchen. Als nächstes fahre ich mal weiter mit den Heften. Und zwar habe ich einmal mein Science Heft drin. Dann die Humanities. Dann habe ich Englisch in so einer weißen Mappe hier. Und da drin ist auch mein Heft. Und als letztes habe ich noch Spanisch. Wir benutzen dieses Buch hier. Das vorletzte Ding, was ich im Hauptfach habe, wäre dieses Buch hier. Und zwar ist es von Art, also Kunst. Und ich kann euch ja mal was zeigen. Mein Lieblingsbild von alt ist da. Da mussten wir nämlich ein Human Face malen. Und ja, ein paar Einträge sind da auch drin. Und das letzte im Hauptfach ist mein Laptop. Der ist in dieser Tasche hier drin. Und ich habe dieses MacBook hier. Und zwar ist es das MacBook Pro. Der Trittina Display. Und das brauchen wir ziemlich oft in der Schule. Das war schon alles, was in dem großen Fach drin war. Und dann ist hier noch so eine kleine Tasche. Und da habe ich zuerst Taschentücher drin. Dann habe ich die Hand Food von Sob & Glory. Mein Eos Lip Balm. Ein paar Kopfhörer. Mein Geldbeutel. Der hat hier so eine Schleife und der ist von Six. Und mein Handy. Falls ihr ein What's on my phone tag wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Und ich habe das iPhone 5s. Das war auch schon alles in meinem Schuhranzen. Der ist leer. Ich habe eigentlich nicht so viele Sachen in meinem Schuhranzen. Aber ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.